Meine Damen und Herren, das war das Österreich-Bild. Auf Wiedersehen. Okay, die Maracuja-Zisch isst einfach... Halleluja, Maracuja! Endlich passiert was. Exotisch, frisch. Ah! Atta macht die Küche, Lebensmittel sauber. Brett und Pfeffer pfangen, Lebensmittel sauber. Lebensmittel sauber wird die ganze Küche. Denn Atta hat jetzt noch mehr Zitrofrische. Atta macht die Küche, Lebensmittel sauber. Nach der Zitrofrische, Lebensmittel sauber. Atta, das ist wirklich jedem zu empfehlen. Denn Atta soll in keiner Küche fehlen. Jetzt haben wir aber einen großen Ausdruck gemacht. Was hast du? Ah, ich weiß schon. Essenszeit. Ah, dein Lieblingsfutter. Du und dein Frohling. Ich weiß doch, was dir schmeckt. Frohling mit frischem Fleisch. Da ist alles drin, was du täglich brauchst. Frohling schmeckt jedem Hund, jeden Tag. Pss, pss! Vomax! Bei Rheuma, Muskelkater, Hexenschuss oder Verstauchung hilft Alge Saal. Sie gehören untrennbar zusammen. Das Trachtenpärchen und Almdudlerlimonade. Genau das! Salzburger Mozart-Taler von Mirabell. Goldkar, 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 Bild. Noch immer spricht man K.W. K.W. Kodak und meint Goldkar-Bilder. K.W. Großmutter, Kipfelkreuz, Kamel mit dem Goldkar auf der Rückseite. Da passt alles zusammen. Der Film von Kodak, das Papier von Kodak, die Ausarbeitung von Kodak geprüft. Alles Kodak, alles bestens. Kennen wir uns schon? Ich bin Kamille. Ich hab Kamillenextrakte. Zum Wohle ihrer Haut. Kamillenextrakte zum Wohle der Haut. Fühlt sich gut an, mein Kamillschaumbad. Man spürt, wie es die Haut pflegt. Rundum zum Wohlfühlen. Kamillenschaumbad mit Kamillenextrakten. Herkömmliche Scheuermittel können kratzen. Und dann passiert das. Kratzer. Ziff kann nicht kratzen, denn Ziff ist flüssig. Ziff mit Ammoniak ist kräftig genug, um hartnäckigen Schmutz zu entfernen und sanft genug, um nicht zu kratzen. Ziff holt den Glanz hervor. Ziff mit Ammoniak für Glanz ohne Kratzer. Da schau, unser Rheininghaus-Pilz. Ah, so ein leichtes, kühles Pilz. Das ist was Feines. Aber ein Rheininghaus muss es sein. Grüß euch. Ich komme gerade aus der Steiermark mit einem ganzen Koffer voller Rheininghaus-Pilz. Aber dieses herrliche steirische Pilz gibt es doch da schon lang. Schon lang? Dann habe ich wenigstens eine Reserve. Unser Bier, Rheininghaus-Pilz. Die hausgemachten Nudeln von Fritsch. Aus jedem Maiskorn nehmen wir nur das Herzstück, den Keim. 60.000 davon schon für einen halben Liter wertvolles Mazzola-Maiskeim-Öl. Spielen Sie auch Tennis? Dann haben Sie vielleicht auch so ein hübsches Tenniskleid. Schöne Tenniswäsche ist teuer, aber sie muss oft gewaschen werden. Da ist die Pflege besonders wichtig. Und die kommt bei vielen Billigwaschmitteln zu kurz. Nicht bei Persil. Persil pflegt Ihre Wäsche mit vielen wertvollen Wirkstoffen. Bei jedem Waschen. Persil. Mehr können Sie für Ihre Wäsche nicht tun. Guten Abend. Nach dem Schwimmen, creme das. Nach dem Baden, creme das. Nach dem Duschen, creme das. Nach dem Waschen, creme das. Wertvolle Wirkstoffe dringen sofort in die Haut ein und machen sie samtweich und geschmeidig. Creme das. Jetzt auch als Lotion. Fanta, Fanta, weil Spaß macht und schmeckt. Wenn du es entdeckst, wirst du erleben, dass es unheimlich zischt. Prickelt in Nu, erfrischt. Fanta, das schmeckt super. Fanta, Fanta, weil Spaß macht und schmeckt. Frischer Geschmack von kühlen Orangen. Gönn dir den Spaß. Und das Frickeln im Fanta-Klass. Fanta, Fanta, weil Spaß macht und schmeckt. Jetzt kommt sie. Die Strickmode von Schöps. Schöps. Mit der größten Auswahl. Für Sie und ihn. Schöps bringt hunderte Modelle in vielen Dessins. Die neue Strickmode. Ab sofort bei Schöps. Schöps. Internationale Mode zum besseren Preis.